Niemand weiß davon außer Ihnen und mir. Was ist denn so geheim? Hau als Weltraumtunnel, ich erzähl's dir später. So, Sie haben unseren Lösungsvorschlag eingebaut und ich hoffe, es funktioniert. Tja, ich muss mir keine Sorgen machen. Meine Karriere ist nämlich nicht in der Schwebe. Das war ein Witz. Es ist witzig, weil es wahr ist. Das war ein Witz.